Musik 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 190 Jahre Lohnerwerke, 43 Jahre Bombardier in Österreich und 5 Jahre Bombardier Transportation am neuen Standort. Dabei stehen wir immer noch in der Tradition eines Pioniers wie Heinrich Lohner. Musik Es ist toll hier zu sein und diese hochmodernen neuen Straßenbahnen zu sehen, die ja mittlerweile richtige Designprodukte geworden sind, auf nicht nur Komfort für den Kunden, sondern eigentlich auch optisch wirklich was hergeben. Musik Du brauchst Qualität, du brauchst Innovation, du brauchst Fortschrittsgesinnung und du brauchst vor allem tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denn nur dann kann das Glück wirklich in Zukunftsorientierung umgesetzt werden und das ist hier der Fall. Musik Der Standort hier in Wien ist sozusagen wirklich Qualität und Qualifikationszentrum des gesamten Konzerns und daher ganz wichtig. Und natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Donaustadt nicht nur ein Wohnbezirk mit höchster Qualität ist, sondern auch ein Wirtschaftsstandort mit höchster Qualität. Ich möchte gratulieren, ich möchte gratulieren zu den letzten fünf Jahren, aber in Wahrheit das, was alles davor geschehen ist. Und ich möchte aber auch Danke sagen. Danke sagen, dass es möglich ist, weiterhin einen Industriestandort aufrechtzuerhalten, Punkt eins, mit Optimismus in die Zukunft zu sehen. Musik An einigen Innovationen sind wir am Arbeiten. Das betrifft natürlich Bereiche der Energieeffizienz, das betrifft den großen Bereich der Connectivity, wie wir es in unserem Vortrag gerade gehört haben. Wie kann man Menschen noch besser mit den Verkehrsmitteln, mit den Verkehrsströmen harmonisieren, optimieren und informieren, wie die Straßenbahn in 50 Jahren aussehen wird. Ich bin selber gespannt. Das ist ein wahnsinnig interessanter, abwechslungsreicher Job. Immer wieder neue Herausforderungen. Monvati ist ein Motivator für mich, mich persönlich weiterzubilden. Ich bin momentan auf der FH und probiere jetzt meine Bachelor erfolgreich abzuschließen. Monvati ist innovativ, produktiv und ein einfach toller Arbeitgeber. Monvati ist für mich meine Zukunft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020